Wie ich mitbekommen habe, oder was ihr mir erzählt habt die Tage, wenn man alle Schars löscht, kann man dann einen Schar erstellen und auf der anderen Seite, aber EU, glaube ich, ist noch nicht freigeschaltet. Hey Händl, gönn dir. Das, was hat er denn nicht, was ich habe? Doch, dieses Ding, okay, okay. Passt, meint es so. Mach mal die Taste E, mach mal nicht rein. Tu mal den PvP-Screen mal verändern. E. Scheiße, ich habe 20 Punkte gebraucht. Hat der auch's doppelt? Den hat er auch nicht. Doch, habe ich. So. Was habe ich jetzt verändert? Ich habe das Falsche. LOL. Was habe ich jetzt verändert? Nochmal PvP. Bin ich jetzt ganz, ganz deppert. Das wollte ich hier rein tun. Achso. Durch die Runen. Die du deinem Gear rein tust, durch Level Up und durch die Mana Sachen. Hier, das da. Jetzt habe ich es frei. Kann man machen. Das, was ich hier mache, kannst du machen, ja. Und die Runen musst du halt an die Farbe des Gears anpassen oder halt tauschen die Farbe mit dem anderen Gear. Kann man eigentlich Sockel auf anderen Schar übertragen? Per Bank oder so? Du kannst eigentlich die Sachen rausnehmen mit dem anderen Gear. Aber Sockel? Du kannst höchstens was mit dem einen Gear fahren, mit dem anderen Gear halt rausnehmen. Was geht hier, Edel? Sockelsteine. Also die Runensteine, die Sockelsteine, die Edelsteine. Sind die Gear gebunden oder kann man die rausnehmen? Ach, das weiß ich nicht. Ich habe keinen anderen Gear. Also, vielleicht hat jemand die Antwort, weil ich habe keinen anderen Gear. Ich müsste immer genau seine Skillung übernehmen. Nur mal zum Testen. Übertragen, wunderbar. Ich würde mal gehen, sie haben dann das ganze Skillung basteln hier. Wo hat er sie denn gezeigt? Hier, ist das seine Skillung oder was? 149 Punkte. Kriege ich ja nicht, ich habe 167. Die Kiste in deinem Haus, da kannst du Sachen mit dem einen Schar reintun, mit dem anderen Schar rausnehmen. Das ist wie er bei Diablo die Kiste schert. Okay, lass uns mal dieses Skillding hier basteln. Lasst uns das mal basteln gemeinsam. Stimmt, das ist die Challenge, ne? Erstmal bis zum Haus spiel. Ich glaube, 36 war die Zahl des Hauses. Wie, da hat er gar nichts? Hat er dann echt null? Ja, dann musst du am Anfang an einem Launcher vielleicht warten. Comes from an Awakening, but is paired with controller for crit. Der Ecke ist echt sehr gut, ne? Stopp! Moment, muss das Warners hin tun, Chad, sorry. Kannst du dich abschreiben? Also, 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 also. Das kostet 20k. Zurücksetzen. Also, was macht er? Hier macht er nichts rein. Okay. Chillblock gibt da das erste. Erdrausch gönnt er sich das erste. Den Charge gönnt er sich das zweite. Moment, der spielt doch mit dem. Erfassen. 60, 50. Da hat er noch eine andere Skillung hier. Da hat er noch eine andere Skillung. Das Erfassen hat er hier nicht mit drin. Was nimmt er denn raus? Er hat die Skillung nicht so, wie er sie spielt. Hat er gesagt, das hat er gar keinen Sinn. Das Schild hat er gar nicht geskillt. Den hohen hat er. Hä, verstehe ich gerade nicht. Wieso hat er das denn nicht gemacht? Also, erste Reihe. Nochmal. Das hat er auf 1. Das hat er auf 1. Das hat er auf 2. Das ist die erste Reihe. Im Ding hat er, genau. Dann hat er, in der nächsten Zeile hat er das Spin Deep Strike. Den hat er auf 3. In der nächsten Zeile hat er das, das hier, Hust Heap. Hust Heap hat er auf 2. Und dann? Stopp. Wann mal aufzuscrollen? Den Berserk Smasher hat er auf 4. 142. Mir fehlt aber noch was. 149 hat er, oder? Frenzy hat er auf die Mitte. Also nochmal. Fangen wir oben an. Das Schild hat er auf 1. Frenzy, also Earth Frenzy hat er auf 1. Gut. Und Spin Reding Strike, bei uns, wo ist das bei uns? Hat er auf 3. Berserk Smasher hat er auf 4. Rush Strike hat er auf 2. Wieso braucht der, also braucht der 149, ich hab 142. Verstehe das nicht. Check ich nicht. Anderes Update. Aber wie denn? Ich hab doch die gleichen Skills. 8, 16, 36, 66, das Problem ist, hier zeigt er das so und hier spielt er das mit, mit anders. Hier hat er dieses Ranziehen drin, das ist wieder ein anderes, hier ist er. Die Taste 2 mit dem Erfassen heißt es ja hier, hat er hier. Wenn ich mir das Video anhören würde, erklärt er bestimmt, warum er es halt jetzt so hat. Aber er hat es halt hier nicht so geskillt. Das Capture hat er nicht geskillt hier. Hier, hat er nicht geskillt das Capture. Und drüben in dem Video spielt das. Hier ja auch. Capture hat er nicht geskillt. Aber in dem Video spielt er das und sagt sogar noch extra, das ist wichtig. Wieso tut er hier was anderes, was er hier erklärt? Vielleicht sagt er noch Alternative, dass das vielleicht PvE ist an der PvP, aber er muss ja trotzdem das irgendwas zeigen oder nicht. Das ist ganz wichtig mit dem. Ja, ich hab, ich weiß nicht, das ist mir, das ist, dann halt nicht. Was soll ich machen? Schade. Ich hab den genauso jetzt probiert, mal einfach als Spaß, mal probieren zu schauen. Und der hat jetzt, was hat er denn nicht drin dann, verstehe ich gerade nicht. Also er hat jetzt hier, und was muss er doch rausnehmen, wenn es will. Was hat er denn? Das hat er drin, das hat er drin, das hat er drin, das hat er drin. Da drin, Kuh hat er auch drin bei mir, das hat er halt auch drin. Ich hab genau die Fähigkeiten, die er hat. Ich hab eins zu eins identisch. Ist jetzt nur die Frage, wo ich die Punkte reinhause. Das hat er eins, das hat er eins, hab ich gesehen. Ich hab die Punkte ja so reingehauen, wie er sie hat. Dann unterschiede ich diese Punkte. Das eins hat sich nicht reingehauen, das ist halt hier, das da. Du kannst ja noch doppelt oder 20 reinhause, 20 nehmen wir doch mal, wegen Range. So würde ich das jetzt verstehen. Aber es ist ja, es ist ja das gleiche Video. Also er erzählt ja in dem Video hier die Skillung und dann geht's halt direkt weiter, das ist ja ein Video. Und da kann er vielleicht irgendwas dazu gesagt haben, hier, dass er sagt, ja, das ist... Oh, komplett entfernt, den Lohbergkranz und dafür die Mob-Drop-Rate angehoben. Ist das ein Weg in die richtige Richtung oder in die Fallenstink? Was ist das, also ist das okay? Okay, na gut, na gut, na gut. Dann haben wir das jetzt so. Die anderen Sachen skille ich jetzt nicht um. Aber, aber 10-fach so mal 30 Minuten gönnen, zum Pushen, zum Farmen. So, ist jetzt hier kein einziger Gegner irgendwo. Irgendeiner, irgendeiner. Was, wie bist du denn abgegangen? Das heißt, was hast du für Schweinereien gemacht hier? Achso, äh, ein Gegner halt. Ich wollte gerade was testen. Eins, zwei, drei, vier. Dann chargen, stammen. Kann ich noch ranholen. Und dann mehr an den... Ach, der hat... Ach, 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 ach so. So, vier. Stun. Hallo. So, ich hab... Ist doch mein Fahrrad hier mit dem Skilling jetzt. Ich kann jetzt hier den noch so umhauen, oder? Einmal. Zweimal. Ich muss jetzt schauen, was die Fähigkeiten hier machen so richtig. Dann kann ich die auch umhauen. Ich muss kurz ein bisschen üben für PvP gleich. Drei, vier. Kann die stannen. Und dann kann ich hier mit dem Hammer machen. Oh, der Typ zockt ja auf NA, ne? Den ich gerade eben mir angeschaut hab. Der Coutan ist einmal aufgebraucht. Stunnen. Ausweichen. Warte. Da sind andere da. Wenn wir mit der Rot da klarkommen, ist das sehr geil. Mal noch ein bisschen schauen, dass ich hier versuche, das zu üben. Das. Charge. Charge. Und vielleicht den anderen noch herholen, wenn der was ist. Zack. Stunnen. Eins, zwei, drei. Anziehen. Das sind schon tot. Group Final for Airship. Ich glaub nicht. Ich hab Airship auch nicht gemacht. Ich hab das angefangen und dann hab ich gesehen, glaub ich brauch Gruppe, hab ich aufgehört. Ich hab's allein probiert. Ich schaff die Bosse nicht allein. Also aktiven Group Final gibt's glaub ich nicht so wie in VioW oder so. Gibt's ein Gruppentool? Ja. Okay, das ist das Ding. Was mach ich, wenn ich alles auf cooldown hab? Achso, okay. Gibt's da Gruppensuche bei M. Also ganz normal, das schreibt halt jemand das aus, dass er eine Größe hat, ehe so jemand sucht. Okay. Ach, das ist ja, das wird ja reichen. Charge. Full Stunnen Hammer. Dann. Einmal. Und zweimal. 36. Punkt. Drücken. Ah, das ist ein ganz normal, so ein Tool. Ist ja geil. Schreibst du hin. Gruppe erstellen. Suche. Komische Sachen und Dinge. Gruppe erstellen. Vier Leute. Hab Bock. Und erstetigen. Sehr geil. Das reicht ja, cool. Boah, wie jetzt? Wenn Twink getestet, wenn ich von anderen Slayer nicht immer getötet worden wäre, oder gestört worden wäre, hätte ich eine halbe Stunde 30 Prozent gemacht. Bist du verrückt? Ich mach in einer Stunde 14,4. Cheater. Hier oder was? Das Inventory. Da klingelt die Kasse hier. 412 mit dem Twink. Und du hast jetzt welchen Schaden nochmal gespielt? Von den anderen Slayer. Du bist selber Slayer und wirst von Slayer. Okay. Ach du Kacke. Okay, ja. Hab's mitbekommen. Krass. Und gibt's einen Knopf. Okay. Hab ich. Dankeschön. Bin gar nicht gewohnt, dass ich so viel raushole. Das erste Mal voll überfordert, sag ich dir. Voll überfordert. Danke. Wenn ich nächstes Mal da denke, drück ich drauf. Ich hab gestern das erste Mal angefangen, so zu verkaufen. Sonst hab ich hier mal alles entzaubert wegen dem Staub. Einfach überfordert. Zu viel im Postfach. So. Kein Böser dabei. Nur der eine hier. Brauche eine Brust mit gelbem Sockel, um zu switchen. Dann kann ich sie anlegen, eine neue Brust. Ohne geht's nicht. Ich will jetzt das Luminous erspielen. Charge. Zack. Einmal. Zweimal. Charge. Das. Stunnen. Einmal. Zweimal. Zwei. Drei. Vier. Ja, wie das Ganze. Ich hab mir so schnell. Und stunnen mit dem. Zack. Dann hier. Den blocken. Stunnen. Nicht getroffen. Doch, stun. Jetzt. Einmal ziehen. Einmal. Zweimal. Zack. Wieder herziehen. Blocken. Countern. Einmal. Zweimal. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Charge. Stunnen. Hammer. Charge. Zack. Einmal. Zweimal. Komm her, du musst mich hauen. Hau mich. Hau mich. Jetzt stirbt der schon. Du sollst mich hauen. Das ist mit dir. Charge wieder voll machen. Nochmal blocken. Einmal. Zweimal. Du musst vorher das Ding ausgeben. Blocken. Counter. Stunnen. Okay. Okay, okay, warte. Voll machen. Blocken. Einmal. Zweimal. Wieder herziehen. Blocken. Zack. Stunnen. Hey, Piet ist auch im Start. Moin. Ich weiß es nicht genau. Bin mir dann nicht sicher. Soll es mal... Ich oder was? Ach, ich bin sogar gemeint. Oh Gott, ich dachte... Ach du Scheiße. Ihr meint ja mich. Was? Was? Huch. Ich dachte, ihr unterhaltet euch da irgendwie. Was zum... Ah ja. Ich bin gemeint. Na dann. Moment. Stunnen. Einmal in die Fresse mit dem Schild. Und nochmal. Und wieder herholen. Stimmt, da ist ein fetter Text. Ich bin so fokussiert gerade hier auf meine Leiste, dass ich drücken muss. Einfach einen Text übersehen. Moment. Ich gehe mal irgendwo hin. Dann kann ich in der Zeit auch direkt, wenn er hinfährt, na falsch, pinken gehen. Ha. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich muss schnell... Heute, wir feiern 30 Tage, Chat. 30 Tage non-stop Streaming hier. Jubiläumstag hier. Seid dabei. Habt Spaß. In Ilion, mit Gäxle, am Tisch, im Bett. Alles nur Schweinereien machen. 30 Tage. Pock. 30 Tage. War nicht geplant. Einfach so entstanden die Idee. Aus reiner Verzweiflung. Streaming. So. Alexa, setze Timer 80 Minuten. 80 Minuten. 8 Minuten? Ab jetzt. Nein. Alexa, löscher Timer. 8 Minuten Timer wurde abgebrochen. Alexa, setze Timer 80 Minutes. Für wie lange? 80 Minutes. Für wie lange? 8 0 Minutes. Timer für wie lange? 8 0 Minutes. Wie lang soll der Timer sein? 80 Minutes. Timer für wie lange? Ach, wie viel lange? Ja, ähm. 80 Minuten. 1 Stunde und 20 Minuten. Ab jetzt. Danke, meine Liebe. Danke. Es ist immer schön mit dir sich unterhalten. Also, köstlich mit dir. Köstlich. Also, Alexa und ich sind... Wir... Wir würden... Wir würden Monte machen... Das weiß ich leider nicht. So. So sind wir. Wir verstehen uns. 1 A. Ist ja recht hier da. Einfach lachen. 1 A hier. Was soll ich sagen, Chat? Das ist... Liebe Tryhard. Ich hab's versucht. Ja, der macht dir... Wie das Lied da. Bing dong dong dong. Ja, ja. Was ist das mit der Fuchs? What does the Fox say? Hört mich auch mit eurem... DPS vorzuschwärmen. Langsam ist nicht mal lustig. Ich bin am Quälen. Mach und mach keinen Schaden. Du sagst mit 30% in einer Stunde. Und ich mach 14,4. Er macht doppelt dreifachen Power-Pornoschaden. Was ist denn mit euch? Ihr redet ab jetzt nur noch über den Warlord. Wie geil er ist. So ein Ding ist das. Frech. Einfach frech. Was war denn dein... Dein Main vorher? Du bist ja jetzt umgemaint. Also ist ja der Slayer dein Main, wa? Achso, ich war hier, um zu reparieren. Einfach weggeklickt. 9000. Yes is na. So. Also mit Misty zu greifen wird mir sehr schwer fallen. Obwohl der Ultra ist eigentlich, oder? Der ist doch super stark. Der ist doch super stark. Ja, ist doch umgemaint und fertig. Was soll's. Jetzt wollte ich mir mal kurz anschauen. Man soll mit Titel auch... Alle abholen. Ich hab dazugelernt. Ich habe heute Progress. Ich hab dazugelernt. Alle abholen. Klick. Easy. Dank euch bin ich schlauer. Puh. Man soll mit Titel... Siehst du? Hab ich mir gemerkt. Mein Gedächtnis ist siebhaft, aber nicht immer. Man soll durch Titel auch Werte bekommen. Wo ist denn sowas? Aber doch nicht so anstrengend wie bei mir. Moin. Isa von Kluge... Klu... Isa von... Kluwinken. Was geht? Erstmal lesen hier. Und jetzt brauche ich einen Titel, der passen... Also der jetzt nicht zu mir passt, sondern der mir Power gibt. Ja, hab ich das? Ich hab einfach random irgendwas geklickt. Wo ist denn der Titel? Buff? Was ist das? Ja, diese ganzen blinken RVR... Nö. Steht oben links. Oben links, sagst du? Was ist denn für euch oben links? Ist das nicht in dem Uptime? 10 Stärke 10 Crit-Treffer. Bei U. Achso. Achso, hier. Stahlwächter. Ah ja, ich hab den einfach random geklickt. Einfach so. Weil ich... Das man kennt's. Da hier. Dieses New und alles geklickt. Also wird das schon passen, ne? Stärke und Crit-Treffer, Präzision, why not? Das wird schon passen. Gut. Ich bin eigentlich jetzt... Ich wollte eigentlich jetzt... Äh... Dings machen hier. Mich wieder töten lassen. Sag mir mal eine Taste für das hier. Für brennenden Tempel. Kann man eine machen? Oh, das hab ich nie alles. Vielleicht ist dieser Titel halt blau. Manche sind auch blau mit so leuchten Dingern. Vielleicht ist der Titel an sich halt blau. Weiß nicht genau. Und ich wollte das hier... Ich brauch ein paar Punkte, um mir den Numinus freizuschalten. So. Schade, dass man nicht mehrere Arenen anmelden kann. Suche nach Spiel. Vielleicht ist der Titel an sich blau. Ne? Der Titel selbst. Die... Die... Die Fähigkeit halt. Also... Besorge Karotten. Bereite eine scharfe Karottensuppe zu. Was zum... Was mach ich hier? Aber es läuft halt besser als gestern das Spiel. Keine Ahnung. Irgendwie ist es cooler. Ja, und ich jetzt wieder... Skadoffelsuppe. Wann hab ich getan? Doch. Karottenpfanne. Karottenpfanne. Wem bring ich denn die jetzt? Nach der da. Da steht noch ein Baum. Sieht man gar nicht. Dem Gebietinspektor. Bitteschön. Mahlzeit. Gönn dir. Und Stufe 1 Dingsbums bekommen. Schau mal an. Meine... Meine... Meine Kleine hier. Yes, that's not. It's time. Sie haben Post. Was hab ich denn wieder bekommen? Einfach bei einem sogar auf alle abholen gehen. Weil ich's kann. Wieso dauert es jetzt so lange mit der Anmeldung? Stelle ein Kräuterextrakt zur Übung in deinem Haus her. Ja, komm, wir machen das mal. Und dazu die Bildung Kapuze. Ich will das halt so. Ich will halt die schönen Haare sehen. Und die Flügel sind halt nur Alibi, damit man die Hüften bewundern kann. Weißt du? Das ist nur Alibi-Item. Das ist das Kleinste, was ich gefunden hab. Damit die Hüfte einfach wunderschön glänzt in Sonnenschein. Unter den Wolken. Beim Baum. Ganz wichtig. Ich überlege aber echt, dass mit dem Laufen was. Wenn ich jetzt schon diese 7 Tage Dings hab mit dem Luminus. Wenn ich jetzt 8 Stunden da grinden darf, dann von 18 bis 2 Uhr. Why not? So. Ich muss was machen? Stell ein Kräuterextrakt zur Übung in deinem Haus her. Kräuterextrakt. Rüstung. Das müsste Alchemie sein, oder? Mahlzeit. Piet. Hier. Max. So. Kann ich in der Zeit Schokolade machen? Oh, wie schön sie da... Wie schön sie hier... Also der Hüftschwung on point. Hüft. Fertig. Werkbank für Waffenlust und Alchemie. Okay. Können wir noch suchen im Spiel hier. Beste Kiste, sagst du? Hab mir gar nichts gesetzt, oder was? Vorhin. Enzien muss sein. Ich mach halt immer das Grüne zuerst, weil ich glaub das Grüne ist immer mehr wert. Und das Portal kann ich jetzt nicht rein wegen dem PvP. Verleimt des Mana 20. Ich kann nicht weitergehen. Ich glaube... Kein Screenshot mehr da, wo ich weiß, wie ich weitergehe. Ich glaube... Rechte Maustaste. Screenshot Ordner. Screenshots. Alien Guide. Warte, ich zeig euch, dass ich es finde. Achso, nee. Das hab ich extra... Achso, warte. Das ist offen hier. Falscher Browser. Achso, falscher Monitor. Moment. Hier. Falscher Monitor. Zack. Zack. So, was haben wir denn? Wir sind hier und dann gehen wir nach rechts hoch. Mhm. Gehen wir nach rechts hoch. Vier. Hab ich. Anwenden. Jo. Was hab ich jetzt mehr hier? Hauptwettung. Aber das kann doch nicht so lang dauern. Was ist denn das? Sieben Minuten. Das spiel ich. Ich hab doch keine Lust auf die Minuten warten. Was ist denn das? Sieben Minuten. Kann sich jeder holen. So ein... Ich glaub das hält gar nicht mehr so lange. 20 Stunden noch. Genau. Das hat... Das dachte ich mir jetzt bei einem Tempel. Vielleicht geht das direkt. Da hab ich gestern ein paar Kämpfe gehabt und sofort verloren. Und ich hab in diesem Buff... Hab ich den Buff leider nicht genommen. Gegen Slayer und Schorke. Gar keine Chance. Aber null Chance. So. 30 Tage Jubiläum. Feiern wir heute. Ich kann euch nicht viel geben, außer hier ein bisschen Zeit mit mir. Das Spiel zeigen. Spaß haben. 30 Tage Jubiläum. Wir hauen noch ein Geschenksab raus. Einfach für euch, weil ihr da seid. Dankeschön. 30 Tage mit mir verbracht. Geschwitz, gelacht, geweint. Und Spaß und Tränen und alles mögliche. Dankeschön. Einfach noch ein Sub raushauen. Für euch. Liebe. Liebe an den Chat. Einfach Geschenk. Ich kann nicht viel geben. Aber eins kann ich mir. Schau mal. Boah geil. Geschenke. Random rausgehauen. An Sight. Mein Tank in World of Warcraft. Am Wochenende. Kuss. Ich muss jetzt mal ausschalten, dass der Bot da das 4,99 schreibt. Das ist ja falsch. Wie geht das denn? Options. Ich glaube ich, ich kann doch auch keine Message machen, oder? Wenn nicht einfach, kann ich einfach nicht keine Message angeben. Dass das nur das Switch Ding da steht. Value. Toto Value. Prime. Normal. Wieso gab es denn noch kein Update bei dem Bot für die neuen Preise? Ja. Ist vielleicht besser. Jetzt schaust du, spielst du ein bisschen. Wenn du noch ein bisschen mehr rein cashen willst, dann kannst du es immer noch tun. Weißt du? Nicht zu sehr übertreiben. Ich mache da einfach 3. Ich mache gar keine. Gibt es, dass ich gar keine Nachrichten mache? Mal kurz zwischenspeichern. Du musst ja nicht nochmal da stehen. Es steht ja eh von Twitch da. Von daher. Du musst ja nicht doppelt gemoppelt sein hier. Der ist hier weg. Save. Mal gucken. Oh, 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 oh. It's time. Ich habe Angst. Ich bin alleine hier. Was muss ich nochmal machen? Ach du Scheiße. Die Mauer. Wo ist die? Wo gehe ich hin? Was soll ich tun? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass die... Sind die correct übertragend? Ich glaube nicht. Wo sind denn die anderen hier? Wo bist du? Wo bist du? Du Sack. Ja, ist klar, dass du mir nicht gönnst. Mir kannst du mir nicht gönnst hier. Ey, das ist so viel Schaden, Leute. Dieses Ding. Boah. Ein Skin, ein Pad, ein Mount, ein Assassin, ein Materialentasche und ein paar coole Mod. Ich habe auch mir Dinge gönnt hier. Ich habe mir ein Flügel geholt. Ich habe mir ein Flügelchen geholt. Da ich das Agenten-Outfit der Geschenk bekommen habe, habe ich mir ein Flügelchen geholt. Also, Chad, ist die Begleiter, sind die Charakter übertragen? Also, kann man das nutzen auf jedem Charakter? Ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht. Ja? Okay. Dann ist umso besser. Schau mal. Ja, kein Problem. Zeit. 30 Tage heute. 30 Tage Dauerstream 24-7. Danke auch an dich, dass du da bist. Lass dich drücken. Einfach so. Dankeschön. Einfach 30 Tage. Gegönnt. Nichts an der Backe haben. Ich kann euch ja nichts geben. Ich habe gar nicht keine Giveaways, keine Codes. Gar nichts. Ich kann einfach nur die Zeit mit euch verbringen. Denn Zeit ist das Kostbarste gut, was wir haben, wir Menschen. Die ist leider nicht unbegrenzt. Deswegen müssen wir die schöne begrenzte Zeit miteinander verbringen und Spaß haben. Also, ab und zu mal so ein Saburiner kann ich raushauen. Sonst habe ich nichts. Wenn ich irgendwas habe und bekomme, alles an euch. Alles an euch. Ich brauche nichts. Ich möchte nur etwas Gesundheit. Und ein Segen, dass alles gut wird. Ach so, habe ich nicht gesehen. Ähm, die suchen, das erste. Okay, 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 okay. Habe ich gesehen. Ja, Drops und Rates, aber bekommt ihr auch von Millionen anderen. Also, ist ja nichts Besonderes, oder? Immerhin die Drops, dass es irgendwas gibt bei mir, wo man sich ein bisschen freuen kann. So, und außerdem musst du das Euro zeichnen. Komm, natürlich. Und von Herzen. Und von Herzen. Hier. Brennstoff. Und Real Avis. Moin. Das Flügeln habe ich mir gegönnt, damit man den Rest des Charakters, also, damit man die Hüften bewundern kann hier. Schau mal. Ist halt so ein Alibi-Rücken, weißt du? Das ist das Geringste, was man machen kann. Keine Waffen, nichts, sondern so ein Alibi-Rücken. Dann verschwinden halt die Waffen. Agenten-Outfit haben ja einige bekommen. Und, ja, und ich sehe mich sogar, ich sehe mich sogar in ihr, Moment, in diesem Outfit hier. Also, was ist denn, Gex, was ist denn mit dir jetzt? Hier, das hier. Das ist auch halt ultra, ne? Ach, und nachts bekommen wir scheiß Geräusche. Wenn du dich wieder mal einstellst, das passt ja auch von dir. Na klar. Auch mit Liebe. Ich schad's wieder nicht ein. Es ist einfach, was raus muss, muss raus. Ja. Also, ich meine, die Handschuhe, die leuchten wirklich gut. Da kann man schon mal schwach werden. Das habe ich mir von der, geholt hier von den Dingern. Das Accessoire für den Berg hier. Ich habe erst gedacht, komm, das ist da geil. Aber man zeigt, also, also Nadel, ich, also ich habe da nie drauf geschaut. Never. Hast du mich hier erwischt, oder was? So, ich dachte mir, das, das wäre zu verlogen, ne? So einen kleinen Knuddel, äh, Knuddel wäre ich und dann sowas. Ich, ich wollte erst die, da die Gitarre, aber das ist mir zu groß. Ich wollte irgendein Alibi-Altern, damit, damit der Umhang weg ist. Gibt, gibt's das, Nachthemmchen? Zu, ne, das ist mir zu pedo. Das ist ekelhaft. Wäh, mag ich nicht. Mag ich nicht, ich fühle mich, wenn ich in Alibi-Altern. Händl, was ist mit dir? Beim Schiss war ich dabei. Das ist doch nur eine Explosion. Da kam nichts raus. Alles Roger. Hab ich überprüft. 500 Robine weggeschmissen, hat die mir das Pad geholt mit 2% erhöhten Beuterate. Dann habe ich, äh, erst gesehen, dass mein Küken plus 2% XP gewinnen hat, was natürlich Vorteil hat. Da, klar. Beste. Ist und ich das Pad aus dem Shop hätte gar nicht kaufen müssen. Mensch, Brennstoff. Hast du einfach rausgeschallert den Brennstoff. Aber ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nur 500. Das ist ja, also, für dich als Milliardär ist das doch nichts. Nadel, wahre Worte. Das erste Mal, dass du wirklich was Gescheites von dir gelassen hast. Beste. Und auch an euch alle willkommen am 30-Tage-Party-Stream heute. 30-Tage-Dauerbeschallung von Gags. Gags TV Live. 24-7. Lasst euch alle drücken hier. Schön, dass ihr da seid. Und knuddelt's. Was? Huch. Hab ich Mikrofon, wer das angehabt oder was? Bitcoin-Milliardär sagst du? Ja. Du kannst mit dem Pad, was du nicht brauchst, dein Pad, was du behalten willst, aufwerten. Muss das nicht das gleiche Pad sein? Also das Identische. Weil, wenn ich die eine Katze mit der anderen kreuze, was ein bisschen pervers klingt, bleibt mein XP-Gewinn da nicht dabei. Nein. Sondern das kommt von der anderen Katze drauf. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Wie farb man am besten XP? Ah, du machst deine Dailies, machst deine Dungeons, machst deine Wachstum-Quests, machst alle Quests und wenn du 43 bist, kann man das hier empfehlen. Schwarzer Mecha-Kessel. Mecha-Kessel. Mehr XP. Ich möchte jetzt diese Runden-Arena hinter mich bekommen, damit ich mein perfektes Luminus bekomme und dann durchstarten kann. Ich weiß nicht, was du damit uns sagen willst. Ich höre da gar nichts. Ah ja, kommt von Herzen. Du hast ja keinen Ton dabei. Da ist nichts gewählt, hier war alles g'schaut hier. Alles g'schaut hier. Das ist gar kein Problem hier. Wow. Läuft bei mir. So. Schon ein bisschen langwierig, erstmal zu warten, dass du reinkommst und dann verlierst du instant. Ihr Namenszentrum auch noch? Also du bist ja richtig mal rein investieren hier. War gut, war gut. Drei Bosse gemacht, den vierten kurz getryt. Wir haben es etwas lange für den zweiten gebraucht, aber war gut. Wir haben alle gefragt, ob sie heute wiederkommen. Es müssten 100% alle wieder da sein. Ich habe sowas zwar noch nie erlebt, aber mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wow, wow. Scheiße, Mann. Hey, diese ganzen Flächen von den Ranges, die machen so viel Schaden. Ich komme aus denen halt nicht raus. 41.000er Mystiker. Aus der Schurkenfläche komme ich nicht raus. Aus dem Stomp vom Slayer komme ich nicht raus. Aus der Mystikerfläche kannst du ganz vergessen. Jo. Und jetzt muss ich halt wieder warten. Es gibt keinen Shortcut für das hier. Für den Tempel. Ich bräuchte halt vier Siege. Wie soll ich denn da rankommen? Ich habe die letzten Tage schon versucht, vier Siege. Ich habe drei Stunden schon letztens versucht, vier Siege zu kriegen. Oder drei Siege. Keine Ahnung. Kriege ich nicht hin? Kriege ich nicht hin? Da kriegst du keine Punkte. Da kriegst du die Punkte nicht, die du brauchst. Das ist ja total doof. Ich will eigentlich nur eins gegen eins machen, aber da kriegst du keine Punkte. Nur bei drei gegen drei und zwei gegen zwei. Meinst du, du wirst da mich rasieren? Ich nehme einfach da rein, scheint mir egal. Das ist bestimmt wieder so scheiß Fliegen da. Vielleicht gibt es denn eine schöne... Ja. Das ist Kacke hier. Umso besser. Umso besser. Zusammen Beste. Ach nö. Kobi. WB. Aber das Spiel läuft irgendwie voll flüssig heute. Das ist wild. Einmal hat es gelegt, kurz, aber es ist total flüssig. Dann haben wir gestern in Servererwartungsarbeiten noch was gebracht. Ist hier irgendwas auf der Insel? Ich muss halt irgendwo hin, wo... Ach, man hat sich schafft darüber. Yes. Das ist das schlimmste Portal von allen. Ach, schade, ich habe mich bewegt. Das steht ganz oft im Channels. Summon Request Matchmaking for Honors. Drei... Was ist das? Ist das, dass das jemand hinschreibt? Oder sieht man das, dass jemand requestet hat? Das ist, glaube ich. Kann man diese Dinger farmen hier? Nee, oder? Ist da irgendwas zum Farmen? Ich finde, hier ist am wenigsten zum Farmen. Jaja, aber nach zweimal ist dann wieder vorbei. Ich drücke hier F. Du musst F drücken. Wenn der Flügel in der Mitte ist bei der Rechtsleiste. Okay. Das habe ich gar nicht geschaut. Ich finde es gut. Also, Marcel, was du schreibst, kann ich nur zustimmen. Wenn die... Warte mal. Ähm... Was muss ich sagen, was da lohnt sich? Ich habe gestern ja eine aus einem Shop bekommen. Aus einem Clanshop. Wenn der Flügel in der Mitte ist bei der Leiste rechts. Ah. Nicht so hohe wie du. Eine kleinere, aber es reicht erst mal. Ich habe eine Reihe mehr. Ich glaube, das ist 24, oder? Bisschen mehr als gestern. Wo läuft denn am besten hin hier? Es gibt halt gar keine... Gar keine... Hier. Hier ist was. Hier. Jibbi. Nein. Auf alle Inseln, aber... Wo sind denn noch hier? Ach, da geht es weiter. Okay, okay, krass. Schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. LOL. Okay, doch. Krass. Einfach, einfach, I was here. Einfach, einfach, I was here. Ah, also, also das geht nicht. Help. Hab ich schon nicht durchkreisen muss? Nee, 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 nee. Du gehst schneller unter, wenn du W drückst? Nicht mit W? Okay. Sicher? Warte. So, da kann man ja voll hochfliegen, so, oder? Krass. Was? Also, nach hinten, S? Ah, das müssen wir nochmal üben hier. Okay, das hat Einfluss drauf. Was geht? Ist nicht so einfach das Fliegen hier. Bei den Republic Riders war es einfacher. Kann ich nochmal Fliegen üben hier? Geht das noch? Lol, nee, oder? Ach komm, das ist ja voll krass so. Das ist ja... Okay. Imagine. Ihr habt einmal recht, Chat. Kuss. Imagine, Chat hat recht hier. Kannst du ja nicht vorstellen. Jibbi. Beim Gleiten um links nach rechts drückst, AD, machst du eine Rolle. Was? Au, was ist denn jetzt hier los? Also nicht, ich würde schon sagen, weh. Warte, wenn du beim Gleiten nach links nach rechts... Habe ich doch gemacht? Doppel drücken, okay. Also, wir fliegen hier. Oh. Insufficient stamina. Sehr geil. Vielleicht nächstes Mal komme ich auf weitere Inseln. Dankeschön. Für die Flugstunden. Beste. Hm, hab ich was Besseres, warte. Ja, ich hab was Besseres hier, was das angeht hier. Das da. Wenn ihr das seht, hier da. Ein Riesenfehler im Leben. Wie kannst du nur blau wählen? Blau ist doch die Non-Horde. Du musst immer voll so hart machen. Riesenfehler im Leben. So, wollen wir die ganzen Quest machen heute? Haben wir noch genug Zeit für das Spiel? Aber erstmal, ich wollte doch mal hier... Das kannst du dir nicht vorstellen. Einmal gewinnen. Gruppenzwang ist der letzte Schmutz. Genau, obwohl ich alle immer das machen. Auf sein Gefühl hören, was einem das Gefühl sagt. Nicht auf andere hören. Never. Never irgendwo mitgehen. Niemand zum Hype hinterherlaufen. Einfach voll so hart. Nein, nicht wegen dem Hype, weil wir als Vierergruppe gestartet hatten und davon drei Vulpen wollten. Okay, dann ist das demokratische... Also das Demokratiesystem hat versagt. Also wie in Deutschland... Also Demokratie nicht gut. Ganz schlecht. Aber ich verstehe schon. Das ist okay. Wenn deine Kollegen, deine Kumpels da angefangen haben, natürlich. Machst du da mit. Das wäre doofe nicht. Klar, ich war nicht. Ich bin noch voll so hart. Mittwoch bis Sonntag, 18, 19 bis 23, 24 Uhr. World of the Warcraft. Raids. Davor, danach. Alien oder andere Sachen. So ist das. Wie viele Cosplay es es schon wieder gibt. Krass. Ja, Halloween hier. So. Sind wir angemeldet? Ja, sind wir. Kann ich in der Arena umskillen? Wenn ich jetzt sage, hey, ich mach meine Quest weiter und dann geht die Arena auf, kann ich den umskillen? Oder ist meine Talent hier fix hier? Dann würde ich jetzt auf hier auf meine normale, kannst immer umskillen, ne? Dann mach ich normal hier. Das hier. Ja, ich kann nichts machen, wenn ich aufsetze. Gut, ich brauch eh weit. Wie weit ist denn das dahin? 2250. Stelle eine Ledergewebte zur Übung in deinem Haus. Nehmen wir das zuerst. Gags ist der Gleiter aus dem Gründerpaket. Ich denke, das Mount, ja, das hier schon. Das hier schon. Ich find's aber nicht so geil wie das Schwebe-Ding. Nur ich hab das jetzt genommen, denn das Schwebe-Brett oder das Schwebes-Board, das braucht halt einen Taschenplatz. So. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, Herstellung Ledergewebe, Ausrüstungs-Dings, Bums, zur Übung. Das ist ja voll geil, man. Skillt dann bei einer Quest und kriegt Punkte. Rucki-Zucki. Ich überleg grad noch, wie ich das machen soll hier mit dem. Dass ich, dass ich farm nach die Luminos. Wenn ich jetzt so sieben Tage XP da habe. Und das Bonus-Dings da. Sie haben doch farm, das sind die. Yes. Super. Achso, warte, ich hab vergessen, was anzubauen. Nachdem ich hier das Portal gemacht hab. 27 Minuten hab ich jetzt. Ach, das eine hab ich gemacht. Okay. Große Enzian. Kleine. Ach, deswegen. Okay. Ich wollt noch ein paar Samen klauen hier. Also. Oh. It's time. Okay, das danke dir. Moin. Was geht? Jetzt geht's aber los. So, Dele. Wo geht's lang? Wo bin ich? Ich bin oben mit dem anderen hier. Da ist noch einer. Ich hab sogar noch die PvP-Skinnen drin. Hallo. Ja gut, nehmen wir das und das. Wir sollen zusammenlaufen, Beste. Bitte.